Hallo zusammen und willkommen bei Crusader Kings 3 bei meinem Walter von Eschenloh. Ich hatte ja gerade hier die Position an der Macht markiert. Das hat jedes Ratsmitglied jetzt normalerweise eine Meinung von plus 20. Das schaut doch schon mal recht erfreulich aus. Wir sind ja aktuell hier im Krieg. Das ist jetzt ein Bauernaufstand, der mit reingekommen ist, merke ich jetzt erst. Aber wir haben hier einen Anspruch auf die Grafschaft von Brixen. Das geht ja gegen den Kuno von Tirol und wir sind hier gerade hinter der Augsburger Armee her. Und das lasse ich auch mal laufen. Ich muss mal schauen, wie wir die einfangen. Oh Mann, das ist ja Tirol hier oben. Werden wir mal schauen. Ob wir hier... Chancen sind hier ausgeglichen. Wir haben ja vielleicht auf die Tiroler eher gehen. Das sind ja eigentlich unsere Gegner in dem Sinn. Ah, da will er mit helfen. Das kann er natürlich gern machen. Drei, zwei, eins. Den Graf Albrecht von Brixen haben wir jetzt gefangen. Die Armee ist platt, würde ich sagen. Ja. 256 Tote. Also die Armee kann man vergessen. Bei uns 42 Tote. Schauen wir gern da rein. Wir haben ja da keine Ritter dabei. Genau, die Ritter belagern ja hier noch. Okay. Da werden wir mal vielleicht auch die Augsburger mal zeigen, wo der Hammer hängt. Den Augsburgern. Sorry. Ah, neuer Ritter. Wer ist das? Kampfgeschick 15. Der Ritzer von Wasserburg. 20 Gold, über den gern. Ah, jetzt sind wir durch. Genau, wir haben das belagert. Dann beenden wir das gleich. Ihr erhaltet den umkämpften Titel. Die Grafschaft von Brixen. Sehr schön. Forderung erzwingen. So sei es. So, und jetzt haben wir natürlich eine Domäne zu viel. Jetzt muss die Frau hier mithelfen. Domänenverwaltung auf 8 gesetzt. Das passt wieder. Und alle auflösen. So. Das wäre mal das. Und jetzt schauen wir mal unsere Gefahrenen an. Ich hab mir hier eigentlich vorgestellt, ich werde immer Kinder und so weiter eigentlich sofort entlassen. Das ist, äh, nicht. So, jetzt haben wir, der Bürgermeister Meinhard hat die Kontrolle hier abgeschlossen. Also, da muss leider der Knast etwas warten. Dann haben wir das hier voll. Schauen wir mal durch. Eschenlohe 100. Falkenstein 100. Geisenhausen 100. Frontenhausen. Und jetzt ist Innsbruck dran. Schauen wir mal. Rotenburg. Passau. Brüxen. Gut. Dann würde ich sagen Innsbruck. Genau. Innsbruck, äh, ist gut. Sehr gut. Könnt ihr jetzt mal, wie alt ist jetzt eigentlich das? 13. Na, ich schaue mal immer wieder, ob es hier... Schauen wir mal bei Summe aller Werte. 0,35. Ein Genie hier. Ja, 44. Das ist... Alpino. Intelligent. Aber niemand hat hier, äh, irgendwelche Sachen für ein schönes Bündnis. Und bei der Bündnismacht, der, äh, hier... Ja, da hat sich noch nicht so viel getan. Ja, okay. Also, na, ich wollte ja noch mal schauen, ob ich dem eventuell einen Titel vergeben könnte. Ja, aber... Kann eigentlich auch noch warten, würde ich mal sagen. Zu einem Alter. Wir müssten eigentlich jetzt nach dem großen Sieg, und weil er ja doch ziemlich angespannt ist, mal eventuell ein schönes Fest mal veranstalten. Genau, das machen wir jetzt auch. Ein geselliges Beisammensein. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute fahren nah und fern, die Stimmung ist prächtig, und alle sind guter Laune, das Fest mal beginnt. Willkommen, meine Freunde. Ja, da ist alles da. Alles, was er Rang und Namen hat. So, das Dilemma. Das Fest mal neigt sich dem Ende zu. Mein Prinzipien-Treuer, Vassal, Bürgermeister Guntbald, und wir finden uns in einem intensiven Gespräch wieder. Er fragt mich nach meinen, zum Thema Handelsrouten. Das Thema Handelsrouten ist natürlich, würde ich mal sagen, ist es ihm wichtig oder nicht? Ja, er ist ja ein annehmbarer Unterhändler. Ja, wieso nicht? Was haben wir hier noch? Ich will da raus, bitte. Ja, das interessiert schon. Warum nicht? So, wieder mal ein Komplott. Wir haben ja jetzt seit kurzem den Harry World. Äh, wer... Wo kommt der überhaupt her? Ja, Angel Sexy, dachte ich mir. Der heißt dann Here World oder so ähnlich. Aber egal wie. Mein Ratspissl ist mit einer Entdeckung zu mir gekommen. Er ist sich sicher, dass meine eigene Tochter Christine ein Komplott schmiedert. Das Opfer mein Höfling Rupprecht. Ne, es ist immer ein Rupprecht, äh, irgendwie. Aber... Werft sie ins Gefängnis als Mordkomplott. Naja, also... Lasst alle Welt diese Verräterin kennen. Christine bleibt auf freiem Fuß. Aber sie ist doch eigentlich schlau. Wenn sie schlau ist, dann sollte man eigentlich sowas nicht machen. Nimmt dann fest mal teil. Und ist 19. Ja, da würde ich mal sagen... Hm. Schwierig. Da glaube ich... Lass ich jetzt mal Google eine Zufallszahl würfeln. Bei mir... Also 1, 2, 3. Eine Zufallszahl zwischen 1 und 3. Na, will er nicht. Ok, Google. Eine Zufallszahl zwischen 1 und 3. Hier ist eine Zufallszahl. 3. Ja, 3. Also, ob das nun stimmt oder nicht, ich werde Christine nicht anklagen. Das lassen wir jetzt mal. Ist auch gut so, würde ich jetzt mal sagen. Festmahl. Es kommt zur Katastrophe. Ja, ich wusste es. Entschuldigt, der Wein ist schlecht. Ja, wie immer ist der Wein schlecht. Also, der Weinhändler sollte noch in der Stadt sein. Ja, das werden wir jetzt mal selber zahlen. Jetzt haben wir das Geld. Ich glaube, beim letzten Festmahl hat man das Geld nicht. Wir zahlen das, kaufen neuen Wein und das Thema ist durch. So, was haben wir hier? Es geht einfach Schlag auf Schlag. Ich komme zu nichts. Festmahl. Unter meinem Dach. Ich hatte mein Bestes gegeben und dafür gesorgt, dass Herzog Heinrich und Bürgermeister Gundarkau möglichst weit getrennt voneinander saßen. Jetzt gehen sie wieder aufeinander los. Das ist ja mein Lehrensherr sogar. Der Lehrensherr. Ist denn der Lehrensherr? Der ist ja hier dabei anscheinend. Und was ist der? Ein was soll von mir? Der Bürgermeister. Ja, dann werden wir den Gundarkau hinauswerfen. Der hat sich gegen mich gewöhnt. Gut, ich sage jetzt einmal, ich weiß ja, dass ich früher oder später den angreifen werde. Aber jetzt sind wir nochmal freundlich. So, der Bluthundzwinger wurde gebaut und jetzt wird gestoppt. So, und jetzt einmal in aller Ruhe. Die sitzen jetzt zwischen zwei und drei Monaten. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Und der Albrecht von Tirol bringt uns Geld raus. Die Herzogin bringt uns Geld raus. So, und jetzt gehen die Gäste und jetzt ist endlich das Festmahl beendet. Sehr gut. Jetzt haben wir hier das Geld bekommen. Jetzt haben wir noch zwei, den Gundbald. Der hat nichts. Und der Ernst. Aus Spaß wurde Ernst, hm? Ist ja ein Mitläufer. Ja, gut. Ich würde jetzt einmal sagen, der Gundbald ist ja kein schlechter Kämpfer. Ein Organisator, ein brillanter Stratege. Den holen wir uns als Ritter an den Hof. Der wird rekrutiert. Der ist katholisch, bayerisch, alles wunderbar. Den holen wir uns als erstes einmal an den Hof. Und jetzt schauen wir mal, was er sagt. Alles klar. So unter Ernst? Ja, ich dachte zuerst, weil er ja von niedriger Geburt ist. Aber er ist schüchtern, bescheiden und fleißig. Ja, gut. Sollen wir den jetzt hinrichten? Ich würde sagen, nein. Ja, Druckmittel brauchen wir eigentlich auch keins. Ja, der Kämpfer ist ja natürlich nicht geeignet. Den lassen wir jetzt laufen. Zwei Monate im Bau. Äh, das passt soweit. So, und die Christine können wir jetzt einkerkern. Das werden wir jetzt auch einmal machen. Die hier mit ihrem Marktkomplott. Wir wollen das nicht. Wir wollen es einfach nicht. Wir wollen das nicht. Die werden wir jetzt mal einen Monat hier mindestens, genau. Entsprechend meiner Befehle wurde Christine jetzt in ihrem Heim festgesetzt. Ich habe einige meiner Wachen angewiesen, dafür zu sorgen, dass sie den Hausarrest einhält. Ja, gut. Hausarrest. Hausarrest ist ja eigentlich auch harmlos. Könnte ja die in den Kerker verlegen. Das würde man auch da nochmal machen. Hausarrest ist nichts. Das ist ja der Graf von Cummings. Sie ist 19. Wird man eigentlich fast schon, äh, die nach der Freilassung, äh, ins Kloster schicken. Genau. Das Verlöbnis wurde gebrochen. Und wenn die raus ist, werden wir die begnadigen, denke ich mal, und dann ins Kloster. Das ist einfach sie mit ihrem Marktkomplott. Muss nicht sein. Und macht das einfach nicht. Ja, genau so werden wir das machen. So, wir haben das Jahr 1090, jetzt schon 23 Jahre im Spiel, 23 Jahre ist er schon im Amt. Und der Graf Walter hat noch einen Anspruch auf Trend. Und der hat natürlich auch etwas mehr, äh, Leute. Ich schaue mal kurz hier rein, wie es da ausschaut, unser Kriegsvolk. So, der nächste ist meiner Einladung gefolgt, der Gallu. Gallu. Aus Sardinien. Ja, zuverlegt. Er hat da was mitbekommen, als ich da unten war. Ein Flaggellant. Er wäre eigentlich, aber er ist 1,50. Ich würde sagen, etwas alt. Gut. Und hier könnte man eigentlich einmal noch ein paar Bogenkämpfer rekrutieren. Und die Panzer des Fußvolk kann nicht schaden. Ja, da haben wir über 3000 Leute. Man weiß nicht, was passiert. Äh, das ist schon gut so. So. Ja, aber schaut doch jetzt gut aus. Jetzt haben wir hier das schon. Und wenn man dann tatsächlich... So, Katharina wird erwachsen. Nun, da sie erwachsen wird, ändert meine Ausbildung. Mit der richtigen Anleitung kann sogar ein Kind wie Katharina, die kaum ein natürliches Talent für die Verwaltung zu haben, scheint doch ein echtes Verständnis davon erlangen. Naja, sie ist ein Genie. Ein kaufmännischer Genie. Naja, sie ist doch... Wie schnell sie doch pflügge werden. Unersättlich ist sie, aber mitführend, arrogant. Okay, aber ein kaufmännischer Genie. Wie schnell sie doch pflügge werden. So, da werden wir jetzt mal einen Mann suchen. Wie schaut es hier mit Bündnissen aus? Jetzt mal erstmal matrilinear. Dann mal der Altersunterschied. Sollte nicht zu hoch sein. Das haben wir hier. Das wäre wahrscheinlich irgendwo England oder so. Ein Irisch. Irisch ist der. Dann ein Franzose. Schauen wir mal hier einfach nach dem Soldatenanzahl. Soll. Na, das ist... Dann vielleicht nach allen Werten. Der wäre stattlich, der Vlodek. Ein Polabe. Okay. Hm. Ja, gut. Haben wir eigentlich nicht, äh... Sollte alles kein Thema sein. Gut, Land hat er keins. Aber vielleicht können wir ihm dann irgendwann mal da was geben. Sollte alles kein Thema sein. Gut, Land hat er keins. Aber vielleicht können wir ihm dann irgendwann mal da was geben. Ausgezeichnet. So, und jetzt wollte ich ja eigentlich mal hier schauen, was mit dem Herzog da los ist. Gut, hier mit seiner 2200. Der ist unserem aber unterlegen. Ist klar, wir haben über 3000. Und demnächst 3100. Da hat Sammler wurde gebaut. Hm, hm, hm. Unabhängigkeit. 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 Ja, jetzt weiß ich, sind wir dann Herzog? Oder kann ich jetzt... Ja, da gehört natürlich München mit dazu. Die werden natürlich dann auch nicht begeistert sein. Wenn wir jetzt mal... Eventuell... Ja, müsste ja machbar sein. Ja, müsste ja machbar sein. Da wäre doch eigentlich wir dann Herzog. Würde ich einfach mal sagen. Wie auch immer das dann heißt. Ob es dann Bayern heißt. Oder ob es dann... Am liebsten wäre natürlich, wenn es Eschenlohe heißen würde. Jahre hat er noch genügend, schätze ich mal. Äh, jetzt kommt der Herzog Heinrich natürlich. Es gibt kaum etwas, was ich mehr schätze, als die Gesellschaft von Herzog Heinrich. Ja, dann können wir eigentlich hier kaum, äh, Ansprüche erklären. Hm. Tja. Hm. Machen wir das dann am blödsten. Vielleicht München? Auch noch. Vielleicht wäre das dann besser. Ja, wenn es schon unser bester Freund ist. Äh, es ist schwierig. Also... Äh, das, äh... In den Krieg rufen. Äh, gegen Herzog Otto. Ja, wirklich unseren besten Freund. Ja, da verlieren wir hier natürlich auch viel Ruhm. Ja, aber gegen die Tyrannei ist eigentlich... Äh, ich wollte ja eigentlich... Äh, man vergisst immer alles Mögliche. Hier... Hätte ich mich ja womit anschließen können. Ich hatte es mal übersehen, mal zwischenzeitlich gesehen, äh, dass man hier ja, äh, das noch einstellen kann. Da können wir aber später mal schauen. Ja, gut. Ich nehme einfach an. Das... Äh, gegen die Tyrannei, äh, kann man ja das machen. Und stoppe ich gleich mal. Denn... Blick auf die Uhr verrät's. Ich muss aufhören, äh, nehme aber natürlich gleich die nächste Folge auf. Ich mache gleich fröhlich weiter, damit möglichst bald dann eine weitere Folge erscheint. Danke euch fürs Zuschauen. Wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.